99% der Menschen schaffen es nicht, dieses Video bis zum Ende zu schauen. Bist du einer davon von diesen Versagern, von diesen nichtslosen, diesen stinkenden, abergrundstinkenden, komisch riechenden, ekelhaften, absolut echt, buck auf die... Okay, Bruder, warte, ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Wenn du aber jetzt immer noch da bist, dann hast du den ersten Test bestanden und bist schon mal ein Stückchen näher, ein Champion zu sein. Denn ich fordere dich jetzt heraus, du hast richtig gehört, nur dich, schaffst du dieses Video bis zum Ende. Lass ein Like da, um den Test zu starten. Wir gehen jetzt rein. Okay, sie hat ein Pflaster drauf. Schön. Warte mal. Digga, zieht ihr ihre Haut ab? Warte mal, was? Nein, warte. Oh mein Gott, das ist Make-Up Pro, das ist Make-Up, Digga, ich bin jetzt schon drauf reingefallen. Seht ihr mit, was für Tricks ihr gespielt wird bei dem Video? Ihr merkt schon, Alter, ja, wishy-washy, wuhu. Ich dachte, für eine Sekunde, die zieht einfach ihre Haut ab, Bruder. Einfach so, als er stellt euch vor, YouTube-Video, bam, zieht sich jemand Haut ab. Herzlich willkommen, Alter, YouTube-Kanal morgen gelöscht. Er will, warte mal, er will als Alien bezeichnet werden und er hat seine Ohren entfernen lassen. Dein ganzes Gesicht ist tätowiert, Bruder, dem sein ganzes Gesicht ist tätowiert, Alter, warte mal, was? Wie soll der Junge jemals wieder einen normalen Job bekommen? Du kleiner Schniedelwurz, du Schlingelbacke, du Wurstfinger-Mathäus. Bruder, was war das, Alter? Hat einfach dein Maul. Also, er will wie ein Alien aussehen und ich meine, Digga, er sieht aus wie ein Alien. Also, er hat's geschafft. Bro, was ich mich frag, ist, denn seine Ohren sind ja weg, so. Also, wenn der unter Wasser taucht, wenn der hochtaucht, läuft er dann so Wasser runter, wisst ihr, wie ich meine? So, psst. Ja, ich hab selbst keine Vorstellungen. Okay, Digga, erstmal Fuß. Sie ist schwanger und das ist seine Reaktion. Na, Digga. Bro, na, 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 Digga, Alter. Digga, was machst du, wenn das dein Vater ist? Bruder, was machst du, wenn irgendwann deine Kumpels, du wirst 14 Jahre alt, deine Kumpels sagen, hey, guck mal, ich hab ein Video von deinem Vater gefunden und die zeigen das. Bro, das ist ein Video von deinem Vater, Marky. Alter, ich schwör. Warte, wirklich? Ist das, ist das echt? Oh Mann, das erklärt einiges. Deswegen haben wir, nein. Deswegen werde ich immer Boots Marky genannt. Der Boots Marky. Neeein. Spaß, haha. Das war nicht. Können wir weitermachen, bitte. Wieso sind wir so nahe reingezoomt? Oh mein, Bro. Alter, beim Ausparken, dein Ernst? Oh, der Booty. Oh, Betty, oh. Oh mein, okay. Bruder, yo, seit wann haben T-Rexe solche? Oh Mann, Alter. Ist der, kann man den noch? Hi, hast du Instagram, verdammt nochmal? Oh ja, Baby, ich hab Instagram, Alter. Hast du heute Abend schon was vor? Moment mal, warte mal. Wieso? Nein. Warte, ich stopp. Ich will das nicht. Und so, meine Kinder, habe ich eure Mutter kennengelernt. Butter Crocs. Oh nee. Oh nee, Bro. Das ist wieder so ein Clip, da will ich abschalten. Wer tut Butter an seine... Ich hab so viele Fragen. Wer tut Butter an seine Crocs? Nee, was wisst ihr, wir schenken dem Ganzen keine Aufmerksamkeit. Nee, wir ziehen durch. Wer ist noch da? Wir ziehen bis zum Ende durch, okay? Oh mein Gott, das war krass. Geil, Digga. Daumen hoch. Geil, Jungs. Sie hat versucht, ein Bild zu machen für Instagram und wurde bestrafen. Äh. Ja, äh. An die zwei kleinen Jungs, Alter. Super gemacht. So klärt ihr euch auf jeden Fall die Girls, Alter. Ey, Mann, Karl, Alter, da hinten ist voll die Süße, Mann. Schieß die mal kurz mit dem Fußball ab. Super Jungs, Alter, die haben es geschafft, Alter. Die werden sich die Frau klären. Wahrscheinlich, Alter. Ich hab die durchschaut. Denkst du nicht ernsthaft, die haben da mit Absicht hingeschossen, Alter. Die wollten die beeindrucken, dann hat die nicht hergeguckt, die so schnell... Schnell, äh, kriegt der Ronaldo, Kurvenball gegen den Kopf und schon guckt sie her. Flaschen drehen. Oh mein Gott. Yo, geil, Digga. 10 vor 10, klasse gemacht. Es ist kind of both. It's squishy in some aspects, but then it's bony in the other. Was? My bones are just like not fully developed. So like they're still there and you can feel them. Okay, bro, warte mal. Was? Also ihr... Wow, okay. Wer sich jemals gefragt hat, wie es sich anfühlt, wenn da quasi... Also ihr Arm fehlt, hat man ja gerade gesehen. Und sie meinte, das ist squishy. Also so weich und so. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Stressball drückt? So hat sie das beschrieben. Bro, super interesting. Oh, Alter, also krass, Mann. Junge, ich finde solche Leute immer wieder super faszinierend. Ich finde es super faszinierend, wie die es schaffen, durch den Alltag zu gehen. Ein Arm fehlt denen oder sonstiges. Sind für mich einer der stärksten Menschen. Also Hand drauf, Hand aufs Herz, Alter. Maschine. Diese Frau, geistkranke Maschine. Warte mal. Okay, ja, das war wieder so ein Clip. Ja, stark. Wer immer noch dran ist, Legende. Wer immer noch dran ist, Legende. Du machst es. Ich glaube an dich. Wow, war das ein echter Fuß? Wieso, ich habe, wieso macht der mit seinem Fuß, kocht der? Ja, es ist, Mann, da hat ein Zehe gefehlt. Und das war ein Babyfuß. Aber irgendwie auch, war das ein Männer? Ich habe, ich habe so viele Fragen. Moment mal, Baby, warst du es etwa, du? Ja, das war mein geheimer YouTube-Channel. Gefallen dir meine Füße? Was, 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 was? Hä? Look at this. It's pure art. Amazing. Oh mein Gott, das ist krass, Bro. Aber ist halt innerhalb von 10 Sekunden weg. Bro, warte mal, was war das für ein... Oh, warte mal, was war das für ein Zwischenclip? Junge, chill. Bro, die kam aus dem Nichts und macht einfach mal einen 999er-Score, oder? Bro, Alter, das ist irgendwem seine Tochter, ja? Und wenn du dem Typen, seiner Tochter, das Herz bricht... Bro, du weißt, was passiert, oder? Na, fam, Digga, deswegen bin ich Single. Deswegen bin ich Single. Bro, ich halte mich da raus. Ich mache gar nichts. Ich breche keine Herzen. Ich bin einfach nur... Ich habe ein Baby. Ich rede mit dem Baby auf dem Bett hinter mir. Das ist mein Liebesleben. Ich rede mit einem Baby. Ja. Es ist so, das tut so weh, Digga. You gotta love New York City. Sticker. Ah! Wir reden nicht drüber, nein. Wir geben dich auf, wir ziehen jetzt durch. If you're having a bad day, just remember, you are... Wenn du einen schlechten... Don't blink or you will miss it. Tag hast, dann bist du fantastic. Ach, fantastic. Jetzt habe ich es gecheckt, Bro. Okay, das ist so ein ASMR super satisfying Video. Juckt mich nicht, komm weiter. Ich ziehe das jetzt durch, dieses Video. Hey, guys. So, lots of questions about this product and I'm really, yeah, I'm really happy to explain this. So, this is a silicon packing that I'm squirting in underneath this horse's pad. Now, this packing, A, fills that void, so no stones can get trapped underneath there, but it also provides some cushioning and some shock absorbing properties. Bruder, das Pferd hat einfach Lamborghini Upgrade bekommen. Ab jetzt hat Pferd nochmal 500 PS mehr, Alter. Jetzt geht's ab. Die Gruppe ist das geilste. Junge Bruder, einfach Seitenverkleidung bekommt das Pferd. Marschallat, Dicker, Alter. Pferd in neue Rennmobile. Bruder, aber noch nie gesehen. Es ist einfach nur, dass diese Lücke gefüllt wird und das Pferd jetzt keine Steine da reinkriegt und sowas. Schlau, oder? Was alles gibt, Dicker, Alter. Aber jetzt, es ist für mich einfach, Pferd hat neues Level erreicht, Alter. Neuen Skin freigeschalten. Ab geht's, Mann. Die anderen Pferdeladies beeindrucken. Okay, ihre Lippen. Ah, moin, perfekt. Stark, Dicker, ja, das ist, ähm, hi, mein Name ist Marki. Na, bist du, ähm, so mein kleiner Bruder. Es wird ein sehr interessanter Kuss, also, ja. Äh, wir reden nicht drüber. Ladies and gentlemen, wenn du bis hierhin es geschafft hast, bist du eine Legende, Alter. Und Legenden bekommen einen Preis. Dein Preis. Ich setze dir jetzt die Krone auf. Herzlichen Glückwunsch. Alter, siehst du gut aus mit dem Junge, krank. Kommentiert in die Kommentare. Eiswaffeln sind lecker. Damit wir wissen, wer hat alles bis zum Schluss geschaut. Jetzt alle mal reinschreiben, Alter. Und liked das gegenseitig hoch, damit wir die Leute ein bisschen verwirren. Danke fürs Zuschauen. Ich küsse euer Herz. Alter, lasst ein Like, da lasst ein Abo da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.